Das Netzwerk Al-Furqan, das der Extremisten-Miliz IS zugerechnet wird, hat am Montag dieses Videomaterial im Internet veröffentlicht. Laut dieser Quelle handelt es sich dabei um eine Videobotschaft des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi. Dieser Mann wird in dem Video mit den Worten zitiert, die Gruppierung IS werde Revanche suchen für die Tötungen und Inhaftierungen von Militanten dieser Bewegung. Im Video sitzt ein bärtiger Mann, der Bagdadi zumindest stark zu ähneln scheint, mit verschränkten Beinen auf den Boden neben einer Handfeuerwaffe und redet rund 18 Minuten lang. Verschiedene Männer, die nicht direkt zu erkennen sind, scheinen dem Mann zuzuhören. Schriftlich wird am Beginn des Videos behauptet, die Aufnahmen stammten von einem Datum im April dieses Jahres. Weder die Echtheit noch das Datum des Materials haben sich bisher unabhängig überprüfen lassen.